Heute war natürlich auch ein bisschen Überraschung, aber ich bin sehr, sehr stolz da. Und merken Sie sich diesen Namen und dieses Gesicht. Die Lobeshymnen der Trainer, die waren sehr, sehr laut und sehr, sehr lang. Wirklich ein Riesentalent. Wir waren alle froh, dass wir jetzt auch mal so ein Ausnahmetalent haben. Schaut richtig gut aus. Es ist schön auf Zug, super Technik, freut mir gut. Von diesem Mann können wir einiges erwarten. Ja, der geht, der geht weit, der geht weit hinunter. Er schafft 147,5. Und Johannes Lampater mit seinem zweiten Sprungsieg im Weltcup. Lampater gegen Rieper heißt das Duell im ersten Bewerb in diesem Weltcup-Winter. Ja, Johannes schaut aber auch noch gut aus. Was für ein Erfolg, Gratulation. Er hat den besten Kombinierer der letzten Jahre bis zur völligen Erschöpfung getrieben. Es war sicher das härteste Duell seit Lillehammer 2017 gegen Erik Frenzel. Jetzt geben Sie Gas. Wer kann hier jetzt noch folgen? Lampater sieht nach wie vor ganz frisch aus, ganz locker, wie er diesen Berg hochgeht. Das ist wahrscheinlich der letzte scharfe Anstieg. Von Sondre höhe wie die meisten Athleten. Mister Konstanz, die Ränge 2, 6, 4, 4, 5, 7. Immer in den Top 7 klassiert, in den ersten 6 Einzelverwerben. Das ist bemerkenswert, was der junge Österreicher seit einigen Wochen hier in den Schnee bringt. Sowohl was das Springen betrifft, aber auch was das Laufen betrifft. Und auch für den geht es weit, auch für den geht es richtig weit. Hier 142,5 Meter. Der FC Reil hat ja gleich gesagt, dass der mal richtig gut wird. Und mit seiner Prognosen ist der ja nicht falsch gelegen. Wer hier in der Saison mit dem zweiten Platz eingestartet ist und jetzt gehört auch schon zum Kreis der Etablierten. Run till my moment comes, I'll say. Der schaut super aus. Bravo, Johannes Lamparzer. Super Spruch. Auch noch gute Noten. Wer liefert hier ab? Und er. Oh, kann er sich heilig? Ich muss da noch nicht. Viermaliger Junioren-Weltmeister. Unglaublich seine Vorstellung. Und er schreibt wirklich, in der Geschichte wird der zweitjüngste Weltmeister in der nordischen Kombination der Geschichte mit seinen 19 Jahren. Gratulation. Unfassbar. Und ich schrei, da haben wir Weltmeister. Weltmeister Johannes Lamparzer mit erst 19 Jahren. Und sensationell. Ich habe mir viel leckere Worte. So gut oder ja, so gut Leute, ich habe es niemals. Ich glaube, so ein Tarendreer zieht, das werden wir in den nächsten 30 Jahren nicht mehr sehen. Zweimal Gold, einmal Bronze und das alles mit 19 Jahren. Hast du das alles schon verkraftet? Ja, langsam schon. Also die Matura habe ich auch noch gemacht nebenher. Also ist sich einer ausgegangen. Oh, der geht, der geht, der geht. Ja. Jo. Der schaut schon wieder hervorragend aus. Oh, fliegt der schon wieder hin. Er fliegt wieder. Ha, 114,5. Das ist eine Machtdemonstration des Einzelweltmeisters. Dinnen drei Wochen dreimal Weltmeister. Nachrang zwei in Ruka zum zweiten Mal auf dem Weltcup-Bodest. Da kommt man bei den Spezialsprünger dazu dann. Den Jahren Weltmeister, Weltmeister in einem Jahr. Ja, ha. Ja, ha.